Hallo und herzlich willkommen zu Tag 5 im Finale. Krass wie die Zeit rennt. Wir haben ein bisschen Video geschnitten, jetzt ist die Sonne wieder da. Zuerst war es saukalt, jetzt ist es wieder fast warm. Aber gut, wollen wir nicht schimpfen. Warm wollen wir es ja, sonst wären wir nicht hier. Und damit geht es für uns jetzt auf die 24-Stunden-Strecke und Downhill, Donne und Uomini. Schauen wir mal, was wir so schaffen. Und wenn wir dann noch motiviert sind, wollen wir vielleicht nochmal... Das wärmer dann nochmal in 24 Minuten, Fonk, ja. Und ne, dann fahren wir vielleicht nochmal mit den E-Bikes den Rollercoaster. Also sozusagen nach den 900 Höhenmetern nochmal hoch, weil der uns sehr, sehr gut gefallen hat. Und der wirklich wie so ein Pump-Track. Also man kann sich wirklich so von Hügel zu Hügel schubsen. Ja, das war echt sehr cool gestern. Aber jetzt muss man schauen, dass wir loskommen, sonst wird das nichts. Heute haben wir übrigens Frühstück geholt. Heute war man faul, haben wir nicht selber Kaffee gekocht. Das war auch ziemlich cool. Für 1,50 Euro. Der Cappuccino. Er traut sich tatsächlich und bringt das Tablett mit dem Radl runter. Und dann ging es auch schon abrupt los mit dem Uphill im Trail, quasi direkt hinterm Campingplatz. So, jetzt sind wir genau. Hallo liebe Zuschauer. Jetzt sind wir bei Petra Spezialität. Der Aufwerk ab. Genau, und damit haben wir schon gestartet für heute. Also die Aufwand hier ist echt, da kommt man sich vor wie so ein Ritter. Damals. Verrückt. Das ist der erste von drei solchen, in Anführungszeichen, Mini-Up-Hills. Und der ist schon mal ziemlich abwechslungsreich. Und falls ihr euch jetzt denken solltet, das interessiert mich so gar nicht, ich will Trail mit Aussicht sehen, dann geht weiter nach hinten, so auf Minute 10 ungefähr, weil da kommt dann der Downhill. Und das ist mit mega geiler Aussicht. Allerdings wollten wir ja einfach ein bisschen mehr, schon wenn wir schon unterwegs sind, richtig was erleben. Und von dem her haben wir einfach so eine Tour genommen. Die hieß 24 Stunden Strecke. Erweilt sich dann aber noch als nicht ganz so toll, deswegen verlinke ich euch die ausnahmsweise mal nicht. Aber in Summe war es ein richtig cooler Tag. Vielleicht sagt die Leiter. Hui, wow. Wow. Jetzt sind wir zur ersten Station hier. Hier gibt es schon mal ein Bierle. Leider nur ein Becks, aber besser ist gar nichts. Weiter geht's, oder? Hast du auch schon eins getrunken? Nein, ich ernähre mich ja eher von Schokolade. Und ich schon Bier. Flüssiges Gold. Schreibt mal drunter, was ihr so mögt. Harte Währung. Für alle, die planen, das nachzufahren, da muss man auch ein bisschen Trail hochschieben. Nur so zur Info. Mit dem E-Bike voraussichtlich nicht alles fahrbar. Also vielleicht in dem Fall sogar schlauer Bio. So, jetzt sind wir wieder auf einer Straße gelandet. Sowas aber auch, ey. Mal schauen, was der Trail jetzt dann hergibt. Wow. Schaut mal, was für ein Aussichtspunkt. Hier ist eigentlich irgendwie Absprungplatz für Paraglider. Aber der Trail geht auch direkt hier vorbei. Ist mega. So cool. Man sieht es sogar direkt auf den Hafen. Jetzt umkehren. Das Handy will, dass wir umkehren. Ja, damit ging es für uns dann rein in den ersten Trail. Und das war hier oben noch recht vielversprechend. Allerdings im Verlauf dann immer mehr und mehr zugewachsen. Weshalb wir das nur so ein bisschen probiert haben. Und dann wieder zurück auf die Straße queren konnten. Weil der Weg ist recht nah an der Straße vorbeigegangen. Und da haben wir dann halt den Weg wieder hochgenommen. Aber ihr seht, also an sich wäre da schon ein Weg gewesen. Der ist auch in der Karte drin. Aber der ist halt einfach so zugewachsen. Ich glaube, das macht auch zu Fuß keinen Spaß mehr. Weil man halt einfach ständig irgendwie im Gestrüpp hängt mit dem Kopf. Hier bei uns dann noch schlimmer mit der Lenkstange und dem Kopf. Also das war wirklich so lala aussieht cool. Trail wäre, glaube ich, auch mega. Aber halt einfach viel zu stark eingewachsen. Naja, ich weiß nicht, ob das an der wenigen Frequentierung jetzt durch Corona auch ein bisschen liegt. Oder eben einfach generell nicht so befahren ist. Aber ja, hier sind wir jetzt dann schon auf der nächsten Strecke. Und dann auch wieder auf einem richtig brauchbaren Trail. Und da wieder mega Aussicht und ein echter Trail. Da waren dann auch zwei einheimische Enduro-Biker vor uns. Und ja, hat dann schon wieder alles gepasst. Und ja, hat dann schon wieder alles gepasst. Und ja, hat dann auch wieder alles gepasst. Und ja, hat dann auch wieder alles gepasst. Und ja, hat dann auch wieder alles gepasst. Der Einstieg in den Trail ging einfach um an der Hauptstraße weg, sozusagen auf dem Schotterweg und dann war der schon da. Und dann ging es durch einen Campingplatz wieder hoch, der allerdings noch geschlossen hatte. Und dann sind wir allerdings auf der offiziellen 24-Stunden-Strecke gewesen und die ist auch so richtig als 24-Stunden-Strecke beschildert, da kommt man kaum mehr aus. Das gehört da auch mit dazu. Ich finde, auch diese Trails sind gar nicht so leicht teilweise, allerdings halt schon natürlich rauf und runter, weil wer schon mal 24-Stunden-Rennen gefahren ist, das ist immer so ein Rundkurs. Ich habe auch schon mal bei einem mitgemacht, das war sehr cool. Das sind immer irgendwie zwischen 5 und 7, vielleicht mal 10 Kilometer mit ungefähr pro Runde so um die 300 Höhenmeter. Ist natürlich von Strecke zu Strecke unterschiedlich, aber auf jeden Fall kann man da dann innerhalb der 24 Stunden schon ordentlich Meter und auch Höhenmeter sammeln. Und deswegen ist es immer so ein Rundkurs mit rauf und runter eben. Ja, für uns geht es jetzt eben hier auf dieser Strecke noch ein bisschen weiter, bevor wir dann nochmal auf einen richtig coolen gebauten Trail kommen und dann zum Abschluss eben von diesem Tag endlich diesen Downhill Donne finden und fahren. Und der hat halt einfach gigantische Aussicht. Daran konnte ich mich noch erinnern. Das ist zwar schon 8 Jahre her, aber das vergisst man nicht mehr. Daran konnte sich der Nico erinnern. Bei dem ist es nur 3 Jahre her, aber ja, das ist einfach mega beeindruckend. Der ist relativ schwer, halt wirklich mit viel losem Geröll, aber der taugt mir total. Das ist absolut das, was ich liebe. Und am liebsten wäre ich den dann gleich noch und noch und nochmal gefahren. Aber ja, lasst euch mal überraschen, was wir noch so alles treiben. Und dann geht's mal überraschen, was wir noch mal überraschen, was wir noch mal überraschen. Auf und nieder, was die Petra so liebt. Also wenn das Mountainbike nicht wäre, dann hätte es den Block nie gegeben. Aber das wäre ja schön, immerhin. Genau, jetzt wissen wir zumindest, wo wir hin sind und jetzt können wir mal den richtigen Trail suchen. Ja, wir waren jetzt auf der 24 Stunden Strecke ein Stückchen, da wollten wir ja hin und jetzt geht's auf die Downhill Strecke. Ja gut, dass wir uns täglich am Campingplatz schon vorbereiten für diese Auffahrt hier. Mehr oder weniger freiwillig. Die ist mir nicht gut in Erinnerung geblieben. Das bringt die Kamera nicht so ganz rüber, aber es war unglaublich steil. So, Nico bereitet sich jetzt auf seinen Abhilderfolg vor. Währenddessen ich eher vom Schieben träume. Aber noch drehe ich auch. Wie ist es bei euch? Was ist euch lieber, wenn es öfter rauf und runter geht oder wenn man einen richtig langen Anstieg hat und dafür dann am besten nicht mehr rauf und runter? Ich fühle mich manchmal wie so eine alte Dampflok. Wenn ich mal in Fahrt bin, dann komme ich schon gut zurecht und kann ewig fahren. Aber bis ich mal in Fahrt bin, dauert es ein wenig. Und dementsprechend mag ich diese knackigen Anstiege, die so kurz sind, nicht besonders. Und rauf und runter schon gleich gar nicht. Schreibt mir, was euch am liebsten ist. Oh Gott, ich komme nicht los. Das Gute an dieser Le Mani-Runde würde ich schon fast sagen, Das ist eben so ein bisschen die andere Seite von Finale. Nicht da, wo die NATO-Base ist, sondern die andere Küstenseite. Hat ja nur diese kürzeren Anstiege und dafür aber immer wieder coole Trails runter und dann halt diese mega Aussicht übers Meer. Na, auf jeden Fall ist das der Toboga-Trail. Der wurde 2014 renoviert und seitdem gehört er zu den Top-Trails in der Gegend, habe ich gelesen. Und auf jeden Fall macht der richtig Spaß. Hat super Kurven, da man einfach nur durchfitschen kann. Der ist halt nicht allzu lang und hat keine Aussicht. Dementsprechend mag ich sowas wie den Downhill dann einfach lieber. Aber vom Spaßfaktor ist der richtig cool. Also man fühlt sich wie im Dschungel. Man hat mega Kurven. Das ist einfach nur Flow-Spaß pur. Und man kann so richtig durchfetzen. Der war wirklich cool. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weil dieser Abhilfe so viel Spaß gemacht hat, machen wir ihn gleich nochmal. Juhu! Die Vibra wollte es unbedingt! Unbedingt! Davor haben wir euch die Aussicht vorenthalten, weil wir einfach durchgedreht sind. Aber es sieht schon sehr cool aus, hier der Kamm. Das sind nur so 200 bis 300 Höhenmeter, aber cooler Ausblick. 年的 ZDF für funk, 2017 In ein meisten dieöffnungen! Baut es noch mal... Baut es noch mal, um nicht zu feinen Wärme untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wärme in die Chassier-Bautien Baut es noch etwas zu kommen Ich schätze, wie das Navi auf dem Kopf dreht. Jetzt fahren wir doch zum Mond. Ja, ich glaube auch. Ich drehe einfach mal das Navi so, wie es mir gefällt. Hui, hui, hui. Oh, jetzt sind wir richtig. Juhu. Reih mich voraus. Super cool. Ja, das ist mal ganz toll. Ja, das war ich. Ja, das ist der Diagnose. Das ist ja, ich bin jetzt nicht dabei für mich. Juhuu. Juhuu! Ja, das ist die nächste Straße. Das ist die Österste, die wir jetzt nicht in der Stadt sind. Ja, das ist die Österste. Es war mega schön, es war mega gut. Und das ist sie auch schon, die offizielle Downhill Strecke der Damen war das damals und seitdem ist sie glaube ich nicht mehr allzu sehr hergerichtet worden, aber trotzdem noch gut zu fahren, natürlich zum Teil auch ausgespült, ausgewaschen, die Holzsprünge oder Anlieger, die sind einfach durch und trotzdem macht es Spaß da zu fahren, die Aussicht ist gigantisch. Also ihr solltet da schon ein bisschen was drauf haben, weil einfach mit dem losen Schotter man auch gut mal wegschmiert und dann könnte man sich schon die eine oder andere böse Abschürfung holen oder vielleicht auch das Radl runterkugeln, weil es doch steil ist zwischendrin, aber für mich absolutes Highlight, mega Aussicht, mega zu fahren, Traum. Also das liebe ich und obwohl es so kurz ist, mir ist es wirklich lieber, wenn es länger ist, länger hoch, länger runter, das ist für mich absolut wert, genau das zu machen, weil mehr geht nicht. Also schaut euch das mal an, das Meer geht direkt in den Himmel über und dieser geile, zum Teil auch wirklich technische Trail, Downhill, also Wahnsinn, einfach nur traumhaft. Sowas macht mir richtig Spaß. Geil und Spaß! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Geil und Spaß! Ja! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Falls ihr mehr wisst wie ich, dann wäre ich tatsächlich neugierig, konnte jetzt auf die Schnelle aber eben nichts rausfinden. Das 24-Stunden-Rennen wird da schon deutlich besser beschrieben. Da waren bis zu 15.000 Leute dabei, habe ich gesehen. Klingt natürlich mega. Damit bekommt ihr nochmal einen kleinen Panoramaschwenk, weil es einfach zu schön war. Du bist schon drauf, zu spät. Wow! 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 You didn't know that. Wow! 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 durch zwei so Mini-Tunnels geht es durch, die sind aber gut beleuchtet und man sieht eben super übers Meer. Das sieht man jetzt bei der Kameraposition leider nicht so gut, aber wenn man da radelt, dann ist es richtig cool. Ja, wie am Anfang vom Video verkündet, wollten wir danach ja noch eine Runde E-Bike fetzen und das haben wir tatsächlich gemacht, auch wenn es oben düster war. Da sind wir! Wir haben es tatsächlich noch getan. Es wird allerdings der normale NATO Base Trail. Wetter ist asslig hier oben, aber ansonsten war der Tag ja mega cool und wir konnten es nicht lassen. Wollten noch mal eine Runde drehen, mal schauen. Vielleicht ist es unten ja sogar besser, wenn wir aus dem Nebel rauskommen. Was denkst du? So ein bisschen unheimlich hier, oder? Ja, voll süß. Schauen wir mal, dass wir runterkommen. Genau. Wir sind gut angekommen und auch schon beim Essen am Strand. Die wollte ja nichts. Wieso? Ich hab doch was. Von meiner Pilzwommen, ne? Er hat gesagt, er will teilen. Oh, ja. Genau. Also, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ja, hallo. Ja, hallo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da rennt ein Hund. Was ist sonst? Ja. Ja. Ja.